Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensow in der Garage zu einem neuen Let's Play. War es ein Let's Fail? Nö, war ein Let's Play. Also, ich habe ja den STB1 seit kurzem in der Garage und der macht mir echt viel Spaß und ich finde ihn echt hübsch und es ist ein super klasse, schöner, netter, gut zu fahrender Tank. Und ich hatte neulich eine Runde mit dem Epyx und der Epyx ist sein E50 gefahren. Und ich bin schon echt immer beeindruckt, oder sagen wir mal andersrum, dass der Epyx mit dem E50 so gut klarkommt und permanent immerzu irgendwelche Bouncer hat und Leute, die nicht durchkommen, eher als letzter vor drei Gegnern steht, hin und her wackelt und alles nur abprallt und die nicht wissen, wo sie hinschießen müssen. Und das hat mich ja dazu gebracht, dass ich gesagt habe, den E50 will ich ja auch auf jeden Fall als nächstes jetzt durchleveln. Bin ja auch schon mal ein Panther, wisst ihr. Und ich dachte mir jetzt aber, neulich war nämlich wieder eine Runde, wo es so echt interessant war, weil wir irgendwie... Es war... Ah, wir gucken einfach mal rein. Es war irgendwie... Ich fand's ne... Äh... Wir gucken rein. Also, gleich geht's ins Gameplay. Macht's gut. Ich fahre mit dem Epyx zusammen auf Kempinovka von der südlichen Seite aus. Und ihr wisst ja, Kempinovka, was kann man tun? Ähm, eigentlich verhalte ich mich, äh, von meiner, äh, von meiner Einstellung, wie ich, äh, wie ich fahre und sowas auf den Maps immer sehr ähnlich. Weil es gibt halt so Schlüsselpositionen, die interessant sind und dann gibt's halt Positionen, wo man sich nicht wohlfühlt. Und man muss, ähm, ja, immer dahin fahren, wo man sich wohlfühlt, damit es am meisten, ähm, Effekt hat, sag ich mal. Uah, was ist denn das hier? Ähm, ja, und das heißt, wohlfühlen, äh, dahin fahren, wo man sich wohlfühlt, äh, das ist meistens für mich diese Position hier. Da, wo, ihr seht hier vorne, ähm, ihr seht hier vorne, ähm, wo ich fahre. Ich fahre hier irgendwie an den Hügel. Hier kann man mit einer guten Sichtweite ordentlich was aufmachen. Das ist zwar in dem Sinne hier, ähm, einigermaßen Quatsch, weil der Batchit sozusagen schon in der Mitte steht. Und der Batchit natürlich, ähm, ähm, überlegt euch, wo der Batchit sichtet. Der sichtet natürlich viel weiter vorne als wir, also macht das keinen Sinn. Aber man hat von dieser Position halt ne, ähm, ne ganz gute, eine ganz gute Möglichkeit auch zu snipen. Was hat das für Nachteile in der Position? Die Nachteile sind, eine geschulte Artie im Gegnerteam schießt hier ganz gerne mal blind rein. Und neulich hatten wir das, da hat die Conqueror hier blind reingeschossen. Und das war richtig scheiße für uns, weil wir hier mit Lights drin standen. So, ich kann hier schon, äh, dem Kollegen da hinten, ähm, ordentlich, äh, welche verpellen. Ihr seht die Schadenzahlen aufsteigen, ähm, zack, 438. Der Epix hat jetzt auch gleich nachgeladen und, äh, verpellt dem auch noch eine. Und, ähm, das heißt, wir haben da schon mal, äh, ganz ordentlich, äh, rumrandalieren können. Das ist aber eigentlich nicht, ähm, die, äh, die Sache, die das Spiel interessant macht. Sondern die Sache, die das Spiel interessant macht, ist der Hügel oben. Zu dem kommen wir aber später. So, hier habt ihr jetzt natürlich die Möglichkeit, ähm, am Anfang, äh, ganz dümmlich rumzustehen. Ähm, aber, ähm, ihr könnt auch, äh, wir sehen, ähm, hier kann man schon auf dem, auf dem ST, STI, äh, kann man hier schon, äh, ordentlich Ballett machen. Weil der, warum auch immer, hier irgendwie, ähm, durch die Mitte fahren will. Ja, keine Ahnung. Also, ich meine, es gibt ja, es gibt ja in der Mitte, ähm, ich halte das kurz mal an. Es gibt ja hier in der Mitte irgendwie, ähm, die Möglichkeit, hier hinter den Stein zu fahren. Dann ist man so ein bisschen in Deckung. Aber dann, ja, ist auch eine Position, da kommst du auch nicht mehr weg. Also, ähm, ja. Aber ST, ähm, STI oder ST1, äh, ich komm da immer durcheinander. Na, STI. Das ist halt, ähm, auch ein scheiß Gegner, weil der ist halt irgendwie zäh. Und da kommst du jetzt auch nicht, ähm, das ist jetzt keine Auto-Penetration, wenn du da auf den, äh, STI schießt. Und, ähm, schwieriger Gegner manchmal. Also, auch der Weak-Spot vorne, ähm, über der, da gibt es so eine, so eine, so eine, so eine Schürze über dem, ähm, über der Kuppel oder an der Kuppel. Das könnt ihr, ähm, könnt ihr oft knicken. Also, so, was ist, äh, jetzt fängt die Situation langsam an, äh, interessant zu werden. Wir haben jetzt gesagt, uh, pass mal auf, äh, das ist scheiße, wir müssen da am Hill helfen. Der Hill, äh, da kommen richtig fette Tanks, äh, irgendwie, die sind zwar alle schon angeknackt, aber E-75, T-57 Heavy, T-62A und T-554 ist, ähm, ja, ist nicht gut. Und wir haben jetzt gesehen, dass unsere zwei da, denen konnte man nicht mehr helfen. Das war, ähm, das Ding war, ähm, das Kind war am Brunnen, aber, ähm, wir haben jetzt, äh, guckt euch mal den Map-Verlauf an. Wenn dieser Berg jetzt dort durchgedrückt wäre, ja, ihr müsst das mal beobachten, wo, ähm, wo gibt's welche Chancen. Wenn der Berg jetzt hier runtergedrückt wäre, dann wäre das Spiel gelaufen gewesen. Das war, also, ähm, hier haben wir noch einen M103, der sich zu uns gesellte und ich komme da hinten dann auch an. Ähm, der Epix ist hier schon in Position gegangen und zwar können wir das mal zeigen, ähm, was natürlich an dem E-504, E-50 und E-50M so geil ist, dass er relativ geil Hulldown gehen kann und der Turm doch relativ in Ordnung ist, ja. Also, der ist so ein bisschen wie der E-75-Turm. Du kannst ihn penetrieren, hier und hier, ne, mit Gold spätestens, äh, da kommst du durch, manchmal auch ohne Gold. Aber der Turm hat halt hier auch so, ähm, relativ geil angewinkelte Seiten, ne. Und, ähm, das ist schon so für den einen oder anderen, wir gucken uns das mal an, wir werden mal immer wieder stoppen, wenn, wenn Schüsse einhageln. Auf den Epix, ähm, dann ist hier natürlich eine geile Position für ein E-50 und ein E-50M, weil der halt eben, ähm, ja. Der kann, der kann hier halt irgendwie seine, seine Hulldown-Fähigkeit ausspielen und, ähm, seine, seine harte, äh, seine harte Hülle. So, ihr wisst ja, FV, ähm, irgendwie, äh, Quatsch, Conqueror, Conqueror, naja, FV auch teilweise, ähm, oben aufs Dach. Da kann man wunderbar durchkommen, muss man zwar noch ein bisschen zielen, aber das funktioniert schon. Ähm, so. So, Ricochet, wo haben wir ihn? Da, was ich euch gesagt hab, an der Seite, ne. Also, von vorne betrachtet, guck, verzielt sich, äh, trifft nicht da. Ich sag, ich geh mal von aus, die wissen, wo sie hinschießen, äh, sollen, ähm, treffen aber nicht ganz und prallen hier ab, prallen da ab. Das ist schon mal, schon mal ganz ordentlich. So, und Epix kann weiterhin, äh, kann weiterhin hier irgendwie austeilen. Gut, der Schuss war jetzt, äh, war jetzt daneben, aber, äh, grundsätzlich schon, äh, schon sehr gut, ähm, damit den Conqueror beseitigt, so. T-54, äh, durchaus, äh, ein, ähm, anzunehmender Gegner, den man, äh, da, wo der Epix drauf geschossen hat, auch nicht drauf schießen muss, aber, ähm, wunderbar, der T-54, er macht's hier genau richtig. Der kommt hier, ähm, nicht mehr weg, weil er in Dauer trackt und so können wir, können wir ihn, äh, hier auseinandernehmen. Ähm, T-57 Heavy ist damit auch beseitigt und, ähm, damit haben wir hier, äh, aufgehalten, was, äh, drohte, sozusagen, äh, ins Tal zu drücken und, ähm, damit sicherlich in gewissen, ähm, ja, gewissen, gewissen Beitrag geleistet. Der nächste Abpraller, E-75, obere Wanne. Ist, ist halt auch ein optimaler Winkel, guckt euch das so an, schön schräg, schön Hulldown, dass die, dass der Winkel sich verändert von der oberen Wanne. Perfekt. Aber sowas kommt halt bei raus, wenn man Hulldown geht und, ähm, da ist der E-75 halt perfekt für. So, kann den E-75 beseitigen und haben damit hier oben aufgeräumt, ja, haben damit hier oben das, was hier drohte, rüberzukommen, erst mal gestoppt und überlegen uns jetzt auch. Also der, der 183er, wir werden es nachher sehen, wenn wir auf meine Ansicht schwenken, der 183, 183er war ein guter Spieler. Also der, ähm, da war von auszugehen, dass der auf jeden Fall eine harte Nuss wird. Also ein 183er, T-30 und Conway war noch nicht offen, da, ähm, hab ich mir auch so meine Gedanken gemacht, irgendwie T-30 tut auch weh, Jagdpanzer E-100 tut auch weh. Und insofern, ich bin jetzt erstmal hier hinter den Büschen geblieben. Interessant auch, ähm, der STB-1 hat einen deutlich besseren Tarnwert als der E-50 und, ähm, ich weiß auch nicht, was, ähm, so, das war jetzt eben, das werden wir nicht sehen, weil der hat, der hat die Kette getroffen, glaube ich. Ähm, warum er, so ein bisschen, so ein bisschen YOLO, äh, gehört halt irgendwie immer, äh, mit dazu. 1300, äh, hat der 183er eben verpellt und dann hat er noch 300, ähm, Feuer kassiert, weil er irgendwie, ähm, irgendwas funktionierte da mit den Tasten nicht richtig. Ich kann immer nur wieder sagen, Leute, kauft euch Autofeuerlöscher, wenn sie im Angebot sind. Ich kaufe mir dann immer 100, 150 Stück, kosten ein paar Millionen, aber dann kosten die euch im Game zum Verbrauchen nur 10.000 Gold. 10.000 Gold, ja, 10.000 Credits und damit bezahlbar. Ja, Autolöscher löscht nach einem Tick, das kriegt kein Mensch so schnell hin, wie, ähm, wie man, äh, wie man das gerne möchte. So, 183er, zack, einmal leider, äh, daneben geschossen, ähm, der wird, äh, weiter reduziert, aber der Reload reicht aus, um das zweite Mal dem oben aufs, ähm, Dach zu ballern. Und, ähm, ja, damit ist der Apex, äh, hier verglüht. Sicherlich, ähm, situativ bewertend, ähm, mit dem 183er. Wir wussten ja, dass der da ist, das, ja, kann man machen, aber, ähm, das war klar, dass der hier hoch zielt und das war klar, dass der sich eine fängt. Gut, er war jetzt noch voll, nahezu voll, aber trotzdem, das, ähm, ja, sollte man nicht tun, einem 183er vorfahren. Ähm, andererseits, es war schon so, ähm, eine gute Runde mit vier Kills, drei, sechs Schaden, aber, ähm, ja, einem 183er vor die Flinte fahren, da muss man schon etwas masochistisch veranloggt sein. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Fehler passieren, ist ja auch gar nicht schlimm. Auf jeden Fall, ähm, Fantech hat das ganz schön gezeigt, wie er dort, ähm, wirken konnte, Hulldown und was der E50 so für Fähigkeiten hat zu bouncen. Denn, ähm, wenn wir, mal gucken, ob ich da wieder zurückgeschaltet komme, nein, ähm, wir haben ja gesehen, was alles abgeprallt ist, das ist schon Schaden gewesen, da, ähm, wäre er schon ziemlich lowlife gewesen, hätte er das alles kassiert. So, damit es jetzt für euch spannend bleibt, schalten wir einfach mal rüber zu mir und, ähm, gucken uns an, was dann weiterhin noch passiert ist. Bis gleich. Da sind wir in meiner Ansicht, wie wir, äh, sozusagen, ich hab die Situation einfach mal ein Stück zurückgedreht. Wir beide bewegen uns hier sozusagen zurück. Hier hatte ich vorhin erzählt über den Tarnwert, äh, dass der Epyx jetzt aufgegangen ist. Ich bin hier nicht aufgegangen, weil ich halt in ein bisschen stehe und dort nicht drüber fahre. Aber, äh, und, äh, Epyx, äh, sieht den 183er und, ähm, ja, macht jetzt, äh, macht jetzt Ballett auf den. Ich kann dem eine verpellen, aber, ähm, das reicht halt eben nicht, um ihn zu beseitigen. Und, äh, damit steht Epyx dort, äh, ja, zum, äh, wie soll man sagen, zum, naja, zum, äh, Scheitern verurteilt kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Aber halt eben, äh, es nimmt kein gutes Ende. So, ich hab, wie gesehen habt, ich hatte hier Gold drin, weil mir das, ähm, mir war das echt wichtig, da oben am Berg, dass ich irgendwie, ähm, dass jeder Schuss durchgeht. Das ist, äh, mach ich, ähm, mach ich manchmal, wenn Situationen wirklich halt wichtig sind. Ich hatte, vom Gefühl her hatte ich ehrlich gesagt gedacht so, ey, der Hill ist verloren, die drücken da durch. Ich hab das schon so oft erlebt, dass die, dass die, selbst die größten Gimp-Teams, dass sie da durchdrücken und dass du da einfach nichts machen kannst. Und zu, ähm, zu dritt, äh, schon erst recht gar nicht. Und, aber, ähm, auch wieder eine Erfahrung gewesen, äh, dass man oft seinem Bauch trauen sollte, aber, äh, manchmal das Bauchgefühl halt eben auch falsch ist. Also, da muss man, da muss man so einen guten, guten Mittelweg, glaube ich, finden. So, 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 klar. Der, ähm, Comway ist natürlich irgendwie überhaupt gar kein Problem für unsere, für unsere Gun. Ähm, so richtig viel Spannendes passiert ja nicht mehr. Das ist vielleicht nochmal ganz schön. Alle meckern ja über die, äh, STB1-Gun, ähm, aber wenn man sie zu Ende aimt, muss man ganz ehrlich sagen, dann ist sie halt einfach, äh, schon relativ präzise. Jo, das, ähm, das war das Ende vom Game. Nichts, äh, Spektakuläres mehr passiert. Auch bei mir standen 4000, äh, Schaden auf der Uhr und irgendwie interessanterweise, ähm, nur ein Kill. Das ist schon bei 4000 Schaden unüblich, finde ich, dass man, aber, gut, war halt, äh, überall, äh, nicht das Letzte, was ich rausgeholt habe. Schauen wir uns die Postgame-Stats einfach nochmal an, der Komplettheit halber. Aber, ähm, ja, war, ähm, war, äh, ich fand das, beim Spielen her, fand ich sehr spannend und sehr interessant. Weil ich hätte, wie gesagt, ich hätte den Hill dort, den hab ich persönlich schon als verloren geglaubt. Und, vielleicht ein bisschen, man wird ja so, wenn man, wenn man oft negative Erfahrungen gemacht hat, wird man ja in, ähm, da kriegt man ja so eine Art Aversion. Da sagt man, nee, da fahre ich jetzt nicht mehr hin, das klappt nicht. Dass es dann halt doch manchmal klappt, vielleicht muss man es auch jedes Mal wieder versuchen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wäre ich alleine gewesen, nicht im Platoon, wäre ich auf jeden Fall, ähm, dann wäre ich nicht dort hochgefahren, wie wir es gemacht haben, sondern ich hätte mich hier hinten positioniert und hätte versucht, noch auf die Jungs zu snipen. Was aber scheiße gewesen wäre, weil dann wären die sozusagen gepusht und ein Gegner, der pusht, ist immer viel gefährlicher als ein Gegner, der hier verteidigen muss und gegen, vor einem E50 und einem STB Angst hat und einem, ähm, was waren wir da, ein M103. Das ist natürlich die viel bessere Situation, als, äh, sie kommen zu lassen und sind die in Fahrt, zu sagen, YOLO, ey, können wir, machen wir. Und dann hast du meistens verkackt. Post-Game-Stats. Bis gleich. Das war ein Win. Der Epyx hat seine erste Gun-Markierung, ähm, auf dem Tank damit bekommen. Erster Klasse war das Ganze. 73.000 Brutto-Credits, 1,8 XP. Einfach. Das war schon, äh, sehr ordentlich. Und, ähm, ja, wir haben, äh, sozusagen zusammen, äh, sieben, sieben, acht, über 8.000 Schaden gemacht, was schon, ähm, ja, ich würde mal sagen, das war schon, ähm, das war schon ordentlich. Und damit hat man wohl schon ein bisschen, äh, was in die richtige Richtung gelenkt. Ähm, ja. Interessant auch noch, äh, na, was ist interessant? 1.300 hat er geblockt mit dem Auto, ähm, mit seiner Panzerung. Und das, ähm, ist halt eben der Punkt, der den E50 und E50M interessant macht. Sofern die Leute nicht wissen, oder es nicht schaffen, auf die richtigen Stellen zu schießen, habt ihr mit dem Auto einen Vorteil. Außerdem ist er mobil, außerdem hat er eine präzise Gun. Was will man mehr? Gutes Ding. Ich hoffe, ich komme mit ihm auch so gut zurecht wie der Epyx. Macht's gut. Bis zum nächsten. Sagt der Commander.